Da könnt ihr mal sehen, wie man so einen richtig bekloppten Charakter hinmacht. Hihi! Ja, komm, FPS-Einbrüche, FTV, was? Krass. Ja, Amigo, ey. Höh! So, ein, die Decke. Nein. Nein. Bauchtanz. Kann sich nicht direkt ausziehen. So, bei dir guttanz. Ne, danke. Borustklopfer. Tittenklopfer. Nö. Darkerisch. Das ist super. Yo, Houseparty. Es ist Party-Zeit. Awesome. Haha, geil. Awesome, Baby. Äh, also ich finde die, äh, die ganzen Animations richtig, nice. Wir sehen Hammer aus, und, ja. Megafon. Nö, 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 nö. So, waren wir bei Ninja-Wahn, war. Good time, sweetie. Nice, sweet. Nö, 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 nö. Schrei. Oh, du willst noch mehr? You're okay with me. You're looking good today. I'm here to help. Strip-Club, ja, genau. Da rede ich am Anfang davon, die Ausziehen oder so, ja. Hier, noch ein Strip-Club. Komm schon, tanz, tanz. Wie gestört habe ich mich. Superstar. Wof, wof. Oh, war das irgendein? Ich glaube, ich bin mir das eine, das ich gesehen habe. Aber wo ist das? Genau das. Ja, das nehme ich. Sportgeste. Von Anfang an. Naja, ein Furz abgeben, wenn man nicht hört, ist das nicht gut. Haustier-Detective? Da muss man daran haustier-Detective-Weißen. Ja, hol's ab. Äh, pff, Alter, Kopf ab. Kung-Fu-Tanz, mir ist übel. Mir jetzt noch kotzen würde, das wäre. Mittelfinger-Klassiker. Oh, beide, oh, Doppel-Klassik. Kann man sich zehn Parts mit beschäftigen, hier, sich das alles anzugucken, ey. Geht zehn Parts, ich aber... Na, lang genug. Pinkeller Hund. Röschte Faust. Ah, drehe dich mal hier an, ich sehe nichts. Hups, aber... So. Standgebläse. Was war man denn bei... Okay. Hade auch keine, ne? Das ist der unertägliche Junge, das ist eine Frau. Vorspiel. Wüchse. Ja. Mal schauen. Dann nehme ich... Okay, nehme ich das, unartiger Junge. Äh, Charakter, ey, wo ist hier, äh, ey. Komm, keine Kleidung auswählen, ist das gay. Das... Nein, 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 nein. Das lade deinen ersten Charakter hoch, um dir ein Erfolg zu verdienen. Suche online nach Charakter, um diese im Spiel zu spielen. Nehme an Herausforderungen teil, um die Spielern zu verdienen. Verfolge Community-Aktivitäten auf der Echtzeit-Community-Karte oder greife auch deine persönlich, äh, personalisierte Karte zu. Erhalte spezielle Community-Deals auf Sains für Produkte und spielen, äh, äh. Charaktergalerie neu. Neue Ideen erstellen, ich habe einen, aber mache ich später einfach. Nein! Oder? Wo ist die Kleidung hin? Wo ist die Kleidung hin? Ah, da. Ey, kann man die Kleidung nicht ändern? Ging da aber nicht? Make-up? Nee, Make-up ist das nicht. Äh, 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 äh. aber eins weiß ich es gibt läden wo man klamotten kaufen kann kann dass man hier nichts aus wäre ja okay es ist ja nichts oder so wo man direkt am anfang alles festlegen kann was man ja im spiel verlauf alles und ich würde dann sagen wir haben unseren charakter gemacht klamotten holen und sie gesagt später wo die ganz okay sind ja noch weiter rein so nah wo geht er nicht okay dann los geht's spiel erstellt obwohl er hat noch keinen namen den namen hat er schon zugeteilt bestimmt dann starten los geht's fuck is this we paid up this month someone paid more what happened we got arrested no to us berg ist right we traded our dicks in for pussies seriously movie deals commercial saint's name used to mean something more than body spray and some ass taste and energy drink man brands with a shitload of money is that what it's all about it's always about the money mr gatt which is precisely why our employer wishes to speak with you if you'll indulge tits der himmel über sieben Oh mein Gott. Hast du eine Idee, wer du hier bist? Natürlich! Haha. Vielleicht, du fragst, warum du noch an diesem Punkt wirst? Eigentlich, du fragst, warum mein Fuss nicht auf deinen Scheiß an diesem Punkt wirst. Wie es oder nicht, Herr Gantt, unsere Organisation ist in Stillwater. Ich wünsche dir die Chance, deine Assetzen gegen deine Leben. Frau? Du kannst weitergehen, den St.SoulTour Media Group, wie du siehst. Du kannst weitergehen, in exchange für 66% von deinen grossen Revenue. Das ist bevor die Taxe, natürlich. Hör, du frische Fuck! Bitte, ich bin Belche. Also mach dir einen Waffel. Wir sind hier fertig. Und ich hatte so eine Hoffnung, um zu kommen in eine Rational-Business Arrangement zu kommen. Dass du fährst... ...tunfährst du schon an. Böss, du musst ein Bale. Nö, nicht ohne dich. Wann, da sind nur eine half-zene Leute? Ich kann sie unterziehen. Was mit dem Fladen? Ich weist ее zurück in Stillwater. Was? Ich bin der Boss? Wusste ich ja gar nicht. Ein Nahkampf. Oh geil. Und boah, geil. Von die Eier, ey. Äh, was ist? Ah, was? Ich will so eine Scheiße drücken. Und zack und zack. Boah, toll, Räume. Wow. Das Flugzeug ist wohl am Abkratzen. Haha, geil. Die Moves sind Hammer. Muss man sagen. Ah jo, ne Waffe, cool. Haha, Pistolen meine. Krass. Ist mal... Kann man da oben lang? Oben ist besser als unten. Oder nicht. Weil man da oben gar nicht langkommt. Ich bin Belgien. Was haben die eigentlich nur für Pistolen, ey. Ich dachte, du wär'n Gangster. Oh, das ist so viele. Lass mich schon Ruhe. So, Headshot. Ganz einfach. Braucht man nicht so die Mühe. Sind die auf dem Morgen die abknallt? Zack. Oh, und auf die Fässer schießen, weiß ich dann. Oh. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Right on. I'll see you instill. Johnny? Oh, krass. Warum ist er jetzt so arschlaut? Wof, er hört mich noch. Also, auch dürfte ich mich eigentlich noch... Haha, klar. Ja. Ich schieße noch wie Bekloppte. Irgendwann hab ich jetzt auf PS-Einbrüch. Hier, was ist los? Kann da gar nicht sein. Äh, jo. Die explodieren noch sogar. Ja, kann ich nach unten kommen? Achso, ich muss mich drehen. Alter, wie hoch sind wir? Ja, okay, Flugzeug. Hoch, also. Hoch genug. Alles toooood. Alles toooood. Alles toooood. Alles toooood. Alles toooood. Alles toooood. Oh, krass. Da unten kann man noch schön... Steelport sehen. Oho. Ich gar nix treffe, ne? Also, beim, äh... Ich meine... Ist mich nix erwischt. Von den ganzen Sachen. Von was war alles im Flugzeug drin, ne? Und zack, da ist er. Oh, okay. Okay. Um, was ist das? Was ist was? Ich denke... Ja, ich bin ziemlich sicher, dass der Flugzeug uns wird. Ich bin ruhig, und nicht zufrieden. Was heißt, nicht zufrieden? Hast du ein Plan? Ja, ich schüge durch die Windschild, dive into der Flugzeug, und töre das Asshole fully. Du meinst, wir, oder? Ich versuche, du wirst das gegen mich weiter halten, sweetie. Wait, what? Das ist eine fucking horrible Idee. Ja, klar. Ist klar. Einfach mal durchfliegen. Hammer, geil. Ich liebe das Game, einfach so. Da kommen die wieder. Wow, drehen und... Boah, siehst du an die Stadt. Krass. Drehen und... Danach, lad nach und... Komm. Ja. Ich fange schon die. Ja, ja. Komm, nur eine angeflogen. Schöne Überraschung, Junge. Aber jetzt muss ich meine Kollegin fahren. Ja, wirklich alles abgeworfen. Alles in die Luft, Jörg. Ey, ich krieg da nicht mehr, ey. Und da ist er. Die denkt sich jetzt auch erstmal, wie bekloppt man muss. Ja, ich werde noch ein Clemens in die Fried군. Ja, ich versuche das. ...